Die Top-Motorisierung in der C-Klasse von Mercedes hört auf den Namen AMG. Und zwar auf die Sechszylinder-Version Mercedes AMG C43 4MATIC. Und dies sowohl in der Limousine als auch im T-Modell. Der 3 Liter V6 Biturbo Motor leistet jetzt 287 kW 390 PS. Zusammen mit dem AMG Speedshift TCT 9G Getriebe und dem Heckbetonten Allradantrieb AMG Performance 4MATIC kombiniert das kraftvolle Triebwerk agile Fahrdynamik mit langgestrecktem Komfort. Die AMG Entwicklungsingenieure haben die Leistung des 3 Liter V6 um 17 kW 23 PS auf 390 PS gesteigert. Das maximale Drehmoment von 520 Nm steht ab 2500 Umdrehungen zur Verfügung. Dieses Paket garantiert überzeugende Fahrleistungen. Den Sprint aus dem Stand auf 100 absolviert der neue C43 als Limousine in 4,7 als T-Modell in 4,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 kmh elektronisch abgeregelt. Im C43 4MATIC kommt das AMG Speedshift TCT 9G Getriebe zum Einsatz, das die Mercedes AMG Entwickler für ein dynamisches Fahrerlebnis speziell abgestimmt haben. Durch die eigenständige Softwareapplikation konnten sehr kurze Schauzeiten realisiert werden. Die Mehrfachrückschaltung ermöglicht schnelle Zwischensports, während die Zwischengasfunktionen in den Fahrprogrammen Sport und Sport Plus das Fahrerlebnis noch emotionaler machen. Mit den bewährten Dynamic Select Fahrprogrammen Komfort, Sport, Sport Plus und Individual lassen sich die Charakteristik des C43 4MATIC per Fingertipp individualisieren. Die Differenzierung reicht von effizient und komfortabel bis sehr sportlich. Dabei werden wichtige Parameter wie das Ansprechverhalten von Motor, Getriebe, Fahrwerk und Lenkung modifiziert. Der serienmäßige Allradantrieb AMG Performance 4MATIC zeichnet sich durch die heckbetonte Momentverteilung von 69% auf der Hinterachse aus. Diese Auslegung sorgt für gesteigerte Fahrdynamik und hohe Querbeschleunigung auf der Straße sowie verbesserte Traktion beim Beschleunigen.